Was machen Sie dieses Jahr an Heiligabend um 16 Uhr? Richtig, Sie sind beim Marienhöhe Weihnachtsgottesdienst dabei. Und die Corona-Einschränkungen? Kein Problem. Schalten Sie unseren Livestream ein und lassen Sie uns auf diese Weise die Weihnachtsfeiertage gemeinsam einläuten. Es erwartet Sie einen Gottesdienst mit viel Musik unter der Leitung von Angela G. Kandernbach und einer besonderen Zeit für die Kinder mit unserem Jugendpastor Ben Bornowski. Mit mir selbst werden Sie in die Weihnachtsgeschichte eintauchen können, in der sich einige Männer ohne GPS und ohne Navi dazu noch aus einem Risikogebiet der höchsten Stufe auf den Weg nach Bettlöche machen, um dort ein neugeborenes Kind willkommen zu heißen. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das mit uns heute im Jahr 2020 zu tun hat, schalten Sie ein. Unser Livestream wird Ihnen die Antwort geben. Und wenn Sie dieses Jahr das Friedenslicht aus Bettlöchem haben möchten, besuchen Sie unsere Webseite. Dort werden Sie erfahren, wie und wo Sie es bekommen können. Also, wir sehen uns am Heiligabend im Marienhöhe Livestream. Ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns am Heiligabend im Marienhöhe Livestream.